ja das wachs das wächst bei mir in der woche sesch und dann hört es einfach auf ok fuck it da Allah was für triple jump was was ist triple jump ach so das meinst du ja da wo er dann den salto halt macht du schaust dich mal in meine richtung du hund was los bei dir ok ich musste doch irgendwie mensch humanity opfern damit ich da wieder plus 5 es das bekommen pro bonfire hier scheinbar komme ich doch nicht rüber irgendwie bin ich zu schlecht im spring ich glaube nicht mo ich bin schon nackig ich glaube ich kann nicht weiter beim ersten mal nicht schon die keule gespielt habe ich irgendwie ein schwert gespielt cool ist ja viel cooler als ein schwert ich habe auch kein gleiterflug schon ich muss noch mit der mit feuerbogen frau reden naja jetzt kommen wieder die 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 absoluten dark souls nerds und sagen wir dann halt so willst du jegliches backseat game ja ok kannst du auch machen will dann tretet backseat game komplett ich will aber nicht onionbro töten mo nee das ist uncool what the fuck der darf leben darf ich auch paar shopkeeper am leben halten die für upgrades da sind hier da ein schmied zum beispiel nur den schmied darf ich die anolondorfrau am leben lassen muss ich warte mal was sind denn die ganzen wichtigen charakters die ich brauche weil also die anolondorfrau brauche ich für estus upgrades die der onionbro der ist halt ein cooler und der schmied der macht mir meine waffen ich muss aber alle schmied am leben halten weil deine kann doch nur bestimmte ohrs oder so annehmen ok wer ist der stresser oh ich seh zwar nichts aber oh god damn muss ich schon für einen schmied ne also alle black knights ja alle black knights können wir machen so kurz vorm ende vom spiel oder mono game schmiede beziehung aber ich bin hier voll offen sobald du kennst oh gott ok da kann ich schon den ersten ja alles klar waren wir beide sehr gut war oh wei oh 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 jesus christ au 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 Da war der Sackgasse. First Person, so we are the dream. Unsicher. Kann ich? Kann ich bisschen später kommen, um den Dark Knight zu legen? Bitte? Bitte? Yo, Michlon. What's babbeln? That's good. Wir hatten kein Goal. I mean, yeah. True. Oh, God. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, no, 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 no. Yikes. Oh, God. Uff. 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 Wieso kein Ai-Guda? Weil du ein Yo geschrieben hast. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte jetzt auch die Ohne... So, Kollege. Na? Eer... Ich lasse jetzt hin. Iuse. Das machen wir, okay. Charakter-Nerd hab ich gemacht, ja. Das Dummkopf. Das ist für Mo! Yalla! Au! Au! Schnell, 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 schnell! Ja! Au! Im Endring, genau. Mo, ich hab mein Bestes gegeben. Nein, ihr könntet keine Vetschräume verlangen! Wieso sollt ihr das tun können? Hallo Niklas! Niklas, mein Chat hat mich dazu aufgefordert, alle Black Knights zu töten. Und ja. Ich versage am ersten. Also läuft's sehr, sehr gut. Ja, easy mach! Ach ja, glaubt ihr, der ist dann schon fast down gehabt. Uff Michi! Nito! Guck mal, ich hab ein Schild. Nito kommt später. Ja, ich weiß. Ich hab jetzt schon... Also, es gibt jetzt einige Bosse wie die Gargoyles und Nito, die halt so ein Vietnam-Flashback in mir auslösen. Und dann geht's mir plötzlich gar nicht mehr so gut. Nein, aber ich will kein Fat-Roll. Ich werd das Spiel nackig durchspielen. Ich mach hier nur Sanic-Fast-Rolls. Da glitzert das irgendwo. Okay. Moin! Capra wird gemacht, ja. Oh, wait, 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 wait! Ähm... Warte mal! Wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Leiter, 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 Leiter! Und da ist die Leiter! Gau, 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 gau! Waren die schon immer hier die beiden? Du kommst ja hier hoch! Okay, 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 okay. Höh! Der Fuß macht Schaden, alter! Halber OnlyFans schon! Oh, okay. Du meinst ähnlich wie hier, Michi? Höh! 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 Oh, Mann! Ich glaube, du bist der erste Mensch, der so verdreckt ist. Nice. Ähm. Äh. Äh. Ja. Woohoohoo. Ich habe ihn mit seinen eigenen Waffen besiegt! Was für Speedrun-Taktik! Ich habe doch keine Speedruns! Das ist zu Dark Souls! Hallo! Was kannst du das mal so anfangen? Du wolltest kein Dark Souls spielen? Ja, das ist hier... Bisher ist es noch Kindergeburtstag! Das ist bisher nur absoluter Kindergeburtstag! Oh, nix? Okay! Oh, wait! Hier ist Sonnenbro! Jaaa! Ikea-Shanctirvara? Achso! Nein, wir hauen ihn nicht! Sonst unfollowt Solerby auf Twitter! Das möchte ich da nicht! Nein, ich hau ihn nicht, Soler! Soler ist mein Homie! Genauso wie Onionbro! Genau so wie Onionbro! Ich habe eine Proposition! Könnt ihr dich? Mich voten, ihr Hunde?! Hallo Annie! Same! Fühle das mit sich beenden! Ich spiele Dark Souls dafür! Was hast du erwartet? Keine Ahnung! Ne, Niklas! Ne! Nein, ich gib doch! Soler nicht! Soler ist mir nicht 30 Menschlichkeit wert! Natürlich! Wir sind nicht die Einzelnen, die in das engagiert sind! Aber ich bin ein Warrior of the Sun! Spott mein Summon-Signature Easel! Statt bei einer im Voting! Ja, wel kann das starten? So, warte mal, wie war das hier nochmal? Oh, ja, alrighty, okay! Sunbro darf leben? Ja, Vel hat gesprochen! Vel hat gesprochen! Come on, Michi! Ich habe mir vorhin einen Guide rausgesucht, dass ich dann halt nicht die ganzen Bosse verpenne! Und, ähm... Ja, das Erste, was drin gestanden ist, ich nehme das Drake Sword! Hey, jetzt wird doch nicht so gemein zu mir, habe ich gar nichts getan! Ja, komm, ich würde auf das zuschlagen können! Jaaa! Level Faith! Faith kommt später, ähm... Kurz vor Nito möchte ich das leveln! Keine Voting! Wachen wir jetzt nicht wegen jedem! Kack Voting! Der Punkt nicht in Strength is wasted! Du bist wasted! Hi! Dex-Only-Build? Nee, ich will ja bis zu den Gargoyles ja die Hellebarde spielen und da muss ich schon Strength und Dex spielen! So, jetzt für den Ratten hier! Da, da waren drei Ratten! Haha, da ist die dritte! Ich wusste! Ich bin hier sehr häufig gestorben und ich bin in diesem Pfad sehr, sehr häufig heilangelaufen! Ich weiß aber nicht mehr wieso! Und das macht mir ein bisschen zu schaffen! Wieso bin ich hier nochmal so häufig vorbeigelaufen? Was, was war hier? Was hat mich hier so häufig umgebracht? Ah, okay! Ah, ist klar! Was war hier unten? Und hier oben war, glaube ich, ein Black Knight! Also wir haben da sch démarch. Das war mein Kopf! Thai- cilantro! Oh, Moment! Hm.. Rematch, das war unfair! Ja, 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 mann. Er hat seinen Homie geholt. Hier ist nur eins gegen eins vom Kihelwe- Packplatz. Gibt's n' Death Controller? Nö. So ein Quatsch braue ich nicht. Uff Annie. Und heis connector an Abläufe Tür aus. tschüss sind jetzt bei 25 entschuldigung it's a disaster wo sind jetzt hier meine seelen ich habe mein bestes gegeben weißt du ich habe sogar extra handicap gemacht nur für dich alle guten dinge sind drei